Wiederum haben wir es mit einem Gelenkbalken zu tun, diesmal sogar mit zwei Gerbergelenken G1 und G2. Aufgrund der Einspannung in A und dieser Hülse in B hätten wir es andernfalls mit einem zweifach statisch unbestimmten Problem zu tun. In diesem Fall ist unmittelbar rechts des Gelenks G1 ein Arm angeschweißt, welcher ein Kräftepaar F trägt. Es ist zu bestimmen, welches Moment durch dieses Kräftepaar an der Stelle des Schweißpunktes entsteht und der gesamte Träger statisch zu lösen. Nämlich wieder aufgeteilt das Ganze in einen linken Teil, einen mittleren Teil, einen rechten Teil, linker Teil. Gibt natürlich AY und AX eigentlich. Was man aber schon sieht, ist, dass AX Null werden wird. Ich schreibe es gleich her. Man sieht es schon, weil dieser Hebel, der da angeschweißt ist, der leitet ja nur einen Moment ein in das Gesamtsystem. Das ist ja ein Kräftepaar, das sich kraftmäßig aufhebt, weil F einmal in die rechte und einmal in die linke Richtung zeigt. Aber halt natürlich in G1 da, rechts von G1, wo der Hebel angeschweißt ist, ein Drehmoment einleitet. Das kann man sofort durch einen Drehmoment ersetzen. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie, dass an dem gesamten System ja keine horizontale äußere Kraft wirkt. Und damit wird natürlich auch das AX da links Null werden. Der Hebel ist aber rechts angeschweißt, unmittelbar rechts von G1. Das heißt, ich ersetze diesen Hebel da, machen wir mal die Reaktionskraft auf das G1 links, muss natürlich dann nach unten zeigen. Und dann hat man hier einen Drehmoment. Das ist F mal A. 2F mal A halbe ist jeder Hebelarm für jedes F. Also insgesamt F mal A. Und rechts das G2. So, dann machen wir da Abstände her. A. Hier ist 2A. Da rechts brauchen wir noch was. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was passiert da in dem rechten Lager B? Machen wir mal folgendes. Das ist das G2 wieder als Reaktionskraft. Und auch an dem Punkt, nämlich auf der rechten Seite, greift das äußere P an. Und was ist jetzt in dem Lager da rechts? Horizontal ist frei. Vertikal haben wir eine Kraft. Und gibt es uns irgendwo was noch? Einen Moment. Gut. Was ist jetzt? Da ist die Mitte. Und da ist der rechte Teil. Und dann machen wir die Gleichgewichte. Ich starte in der Mitte. Links kennt man ja weder das G1 noch das AY noch das MA. Rechts, also im mittleren Teil kennt man wenigstens dieses von außen angreifende F mal A. Deswegen starten wir dort. Kann man gleich was ausrechnen. Momentenbilanz um G1 und G2 mal 2A dreht positiv, F mal A dreht negativ in unserem Koordinatensystem. Ist dann wieder 0. Das heißt, daraus kriegen wir sofort das G2. Das ist F halbe. Und Bilanz in Y-Richtung liefert Minus G1 plus G2. Also ist G1 gleich G2 ist F halbe. Teilt sich also auf auf rechts und links. X-Richtung bringt natürlich nichts, da wirkt ja nichts. Linker Teil Momentum A Minus MA haben wir natürlich dort. Die anderen fallen weg. Und G1 mal A dreht wiederum positiv. Ist 0. Daraus folgt das Einspannmoment MA. Das G1 mal A und G1, wie wir von oben, ist F halbe. Also F halbe mal A. Y-Richtung, Kräftebilanz. Das AY habe ich ja schon A genannt. Wenn wir nur das eine mitnehmen. Ist also A in positive Richtung und G1 ebenfalls in positive Richtung. Das heißt, wir sehen, das ist Minus F halbe. Und dann der rechte Teil. Ich mache wieder das Moment. Sie sehen, ich mache eigentlich so gut wie immer das Moment zuerst, weil man aus dem einfach sofort was ausrechnen kann meistens. Das Momentum B diesmal, das liefert dann dieses Einspannmoment MB plus G2 mal A dreht positiv. MB selbst habe ich auch positiv eingezeichnet. und P mal A ebenfalls positiv ist 0, liefert MB, G2 ist wieder F halbe. Setzen wir ein. Wieder negativ F halbe plus P mal A. und Kräftebilanz wieder in Y-Richtung. Da hat man Minus G2 Minus P plus B folgt daraus, dass B F halbe plus P ist. Damit hat man mal alle Lagerreaktionen bestimmt. Und jetzt war ja noch die Frage, was ändert sich eigentlich, wenn man das P verschiebt nach links? Naja, dann müssen wir das mittlere Freikörperbild halt noch einmal, also eigentlich das mittlere und das rechte, noch einmal zeichnen. Ich zeichne Ihnen aber nur das mittlere noch einmal her, weil dann sieht man eh sofort, was passiert. Wir haben da G1 beim ersten Gelenk. Wir haben wieder F mal A. Wir haben hier G2 und jetzt wirkt an der Stelle von G2 das P, wenn es links vom Gelenk ist. Und das war wieder 2A. Und was ändert sich? Ja, wenn man die Y-Summe für die Kräfte macht, steckt halt jetzt hier das P mit dabei. Also wenn ich jetzt hier her schreibe, Y-Summe ist natürlich minus G1 minus P plus G2 ist 0. Daraus folgt das G2. Das ist nämlich dann G1 plus P, also F halbe war G1 plus P. Und jetzt machen wir doch als Rechte auch noch. Was passiert im Rechten? Ja, da ist das P natürlich verschwunden. Da gibt es das G2 und das B und das Mb. Und wenn man jetzt hier rauf schaut, das steht ja noch da, dann kriegt man natürlich eine Bilanz, erstens eine Momentenbilanz, wo dieses P mal A dann nicht mehr drinnen steckt, weil ja das P im Freikörperbild verschwunden ist. Und hier steckt es natürlich auch nicht mehr drinnen. aber stattdessen steckt es im G2. Und da haben wir ja jetzt das F halbe plus P. Wenn wir das G2 jetzt da einsetzen und wieder rüberbringen, steht wieder genau F halbe plus P mal A da. Und beim B genauso. Also was sich ändert, ist tatsächlich nur diese Gelenkskraft G2. Alles andere bleibt, wie es ist. Muss es ja auch. Wir haben ja im Prinzip nichts verändert am System.